Leute, es ist endlich soweit. Die Season 23 Patch Notes sind am Start und ihr kriegt gerade wahrscheinlich selber mit. Vom Timing her kommt das Video sehr, sehr spät. Bevor ich einzelne Informationen habe, natürlich danke an das EA Creator Network, das ich vor einigen Tagen schon den frühen Einblick in die neue Season hatte und halt die Luft an. Die Meta wird aber mal so richtig heftig durcheinander gewürfelt. Also es gibt eine Menge Änderungen, wo ich dachte, oh mein Gott, was soll das denn bitte werden? Metamäßig einfach in Richtung Support-Legenden gerade absolut krank. Das wird extrem interessant. Wie ihr nun feststellt, das wollte ich betonen, es gab noch kein Patch Notes Video, kein 100% Patch Notes Video und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum kommt dieses exklusive Video erst eine Stunde vor Release der neuen Season? Ja, wir uns wurde, sagen wir mal uns, uns Creator wurde leider ein sehr spätes Embargo am 5. November auferlegt, quasi eine Stunde vor Release der neuen Season, was sehr, sehr schade ist. Und ihr habt noch festgestellt, am Montag, quasi gestern, jetzt wo ihr das Video seht, ich nehme dieses Video am 31. Oktober pünktlich zu Halloween auf und die 100% Patch Notes, die sonst ein Tag vor Season Start released werden, wurden eben nicht released. Deswegen möchte ich anmerken, wenn ihr das Video jetzt seht, werde ich wahrscheinlich schon live sein auf Twitch und auf YouTube. Wir werden gerne gemeinsam die 100% Patch Notes durchgehen, denn die 100% Patch Notes erscheinen am Release Day, am Patch Day von Season 23. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Stand jetzt weiß ich nicht genau, welche Uhrzeit. Ich weiß nur, dass es der 5. November ist wahrscheinlich 17 oder 18 oder 19 Uhr. Ich weiß es nicht genau. Deswegen kommt gerne vorbei, wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt auf Twitch, auf YouTube und ich gehe die gesamten 100% Patch Notes durch. Denn in diesem Video gab es schon einen großen Einblick in die neue Season, aber es wurde uns eine Menge auch nicht verraten. Es soll noch eine Menge mehr passieren, von denen wir Creator nichts wissen. Wir starten jetzt endlich und glaubt mir, es wird mega interessant. Also zum einen, es gibt natürlich keine neue Legende, denn wie es schon geleakt wurde, Lifeline Revived. Ich versuche mal ganz flott ein Bild hier aus dem Ärmel zu zaubern. Lifeline Revived sieht so aus. Es gibt noch ein schöneres Bildmoment, das skippe ich jetzt hier einfach mal noch rein. Achtung, ich bin natürlich gerade absolut schlecht vorbereitet. Bildschirm anpassen. Das ist quasi der Loading Screen der neuen Season. Wir machen das mal wieder weg. Achso, und guck mal auf ihren linken Arm. Sie hat auch einen neuen Look zu ihrem Lifeline Revived. Ein völlig neuer Look, ein mechanischer linker Arm. Was da genau mit Lifeline passiert, wird uns der neue Season Long Trailer dann bringen. Wir werden es quasi zum Release der Season dann feststellen. Quasi eine Stunde nach Release dieses Videos. Jetzt fangen wir aber wirklich mit den Patch Notes an. Ich sage euch erstmal die ganzen Fähigkeiten, zeige euch dann auch Gameplay von Lifeline und ihren neuen Fähigkeiten. Also Lifeline Revived, sie hat einen neuen Look und einen mechanischen Arm. Passive Fähigkeit, das Reviven bleibt natürlich ganz wichtig. Die passive Fähigkeit wird aber um die Fähigkeit des Gleitens in der Luft erweitert. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich euch das Gameplay zeige. Deswegen brauche ich das, denke ich, nicht genau erklären. Die taktische Fähigkeit ihrer Heildrohne bleibt ebenfalls. Aber sie kann nun eine gewählte Legende, das seht ihr auch gleich im Gameplay, kann eine gewählte Legende ausgesucht werden, die in einem gewissen Wirkungsbereich sein muss. Und dann kannst du dieser Legende quasi diese Revivedrohne hinwerfen und sie verfolgt dann die Legende. Kann weiterhin auch mehrere Teammates reviven bzw. heilen. Und man kann die dann auch irgendwie zurückrufen. Das siehst du im Gameplay leider nicht, wie das funktioniert und mit welcher Taste. Aber man sieht es. Und die Ulti, das Care Package, fliegt komplett aus dem System, was, denke ich, für viele Lifeline Mains eigentlich ganz gut ist. Ihre ultimative Fähigkeit nennt sich Dox Halo. Ist ähnlich nachempfunden dem OG Revive Schild. Wer es kennt, ich weise auf meine aktuelle Apex Legends Flashback Serie einfach mal. Oder ich verweise auf diese Flashback Serie. Stand jetzt müsste schon die dritte Folge online sein. Ich nehme mir pro Video eine Season vor chronologisch und zeige euch, wie sich das Spiel verändert hat. Pre-Season, Season 1. Jetzt müsste gerade vor wenigen Tagen Season 2 Video rausgekommen sein. Was kam da alles Neues? Meta, Legenden Trailer und so weiter und so fort. Da sieht man nämlich OG Lifeline mit dem Revive Schild. Plus, dass die ultimative Fähigkeit ungefähr die Größe der Gibi Bubble hat. Ist aber oben offen. Blockt sämtlichen Schaden. Kann auch nicht von Mad Maggie zerstört werden. Oder irgend sowas dergleichen. Blockt Granaten. Man kann aber ganz normal wie bei Gibi diesen Bubble Fight machen. Man kann reingehen, man kann rausgehen. Wie lange das Ding hält, weiß ich nicht so genau. Was haben wir noch? Wie gesagt, ist oben offen. Man kann Granaten oben reinwerfen. Man kann einen Gibi Airstrike reinschmeißen. Und, und das ist richtig krass, das werdet ihr jetzt auch im Gameplay sehen, deutlich schnellere Heilung. Das kann sogar sein, dass es um die 50% schnellere Heilung ist für alle, die sich in dieser Bubble befinden. Also auch Gegner, wenn es mal richtig enge da drin wird. Wir fangen einfach mal mit dem Gameplay an. Das ist die neue Passive. Du hältst wahrscheinlich die Sprungtaste gedrückt. Und dann kannst du gleiten. Das Gleiten hält nicht unendlich. Du hast da auch so eine Art Tank. Du siehst leider keine Tankfüllung. Und irgendwann ist das alle. Dann kannst du landen. Und hier genauso. Das füllt sich scheinbar relativ schnell wieder auf. Es soll wohl angeblich nicht. Ich habe letztens im Netz gelesen, anderthalb Sekunden. Das war ein Leak, bevor wir das hier veröffentlichen durften. Wo wir aber den Early Access schon hatten. Oder den frühen Einblick. Ich gehe davon aus, dass das nicht unendlich hält. Das wurde auch so erzählt. Aber hier sieht es schon nach einer sehr, sehr langen Gleitdauer aus. Das ist die neue Heil Drohne. Ihr seht. Ich mache es nochmal ein Stück zurück. Ihr seht ja so ein bisschen, dass der Teammate schon ordentlich Heilung braucht. Ihr seht quasi dieses Medikit-Symbol am Teammate. Jetzt kannst du das da raushauen. Das portet quasi zum Gegner. Zum Teammate. Und jetzt wurde das irgendwie zurückgerufen. Wie genau das funktioniert, müssen wir dann sehen. Wenn die neue Season released ist. Und ihr habt natürlich gesehen, die dritte Lifeline dann im Bunde bei diesem Playtest kam dann hinzu. Und du kannst trotzdem noch mehrere heilen. Das ist richtig geil. Und jetzt kommt die Ulti. Die Ulti ist meiner Meinung nach echt sau, sau stark. Wirkungsbereich. Wie gesagt, ungefähr so groß wie die Bubble von Gibi, würde ich sagen. Vielleicht minimal größer. Ihr seht von der Höhe her ordentlich. Und zieht euch mal rein, wie schnell dieses Phoenix-Kit einfach mal durchging. Guckt euch das an. Das müssten wirklich 50% sein, die wir schneller heilen. Denn ich bin felsenfester Überzeugung, dass Lifeline absolut meta wird. Ich habe noch eine Menge mehr Bilder zur neuen Season. Ich gehe jetzt aber erstmal die restlichen Patch Notes durch. Wie gesagt, es sind nicht die 100% Patch Notes. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in meinem gerade hoffentlich laufenden Livestream, wenn ihr das Video seht, die Patch Notes dann zur Hand habe. Und wir einfach drüber sprechen können. Wir gehen weiter. Wie gesagt, es ändert sich eine Menge in Richtung Support-Legenden. Ob andere Charakter- und Legendenklassen angegriffen werden, die irgendwie geändert werden, kann ich euch nicht sagen. Aber es sieht so aus, als würde es Season 23 im Sterne der Supporter sein. Und ich glaube, die meisten Teams würden fast ausschließlich aus Supportern bestehen. Weil das, was jetzt kommt, ist einfach krank. Supporter-Klassen-Pirk. Gibt es einen neuen oder gibt es mehrere neue? Zieht es euch rein. Es wird keinen Slow-Effekt, während man sich heilt, mehr geben. Ob das jetzt auch für Zellen oder Batterien gilt, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, haust dir eine Spritze rein, haust dir ein Medikit rein. Kannst du dich ganz normal schnell bewegen und wirst nicht so geslowed. Gut, das ist schon mal krass. Als wäre das nicht genug Spritzen, Spritzen, die kleinen Spritzen, die quasi 20 Leben oder 25 Heilung machen, ist vollkommen wurscht. Das dauert dir nun deutlich lange, als so eine kleine Schildzelle, die genauso viel Leben auf Schild gibt, gehen doppelt so schnell rein. Doppelt so schnell. Bist du quasi in dem Dome von Lifeline, geht es 100% schneller. Das ist einfach unfassbar. Alle Support-Legenden, ganz wichtig. 25% schnelleres Reviven der Teammates plus Lebensregeneration soll noch obendrauf kommen. Wenn du als Support-Legende ein Teammate hochhebst, hochrevivest quasi, gibt es noch ein kleines bisschen Lebensregeneration obendrauf. Wie gesagt, wie viel, kann ich nicht sagen. Das wurde nicht ganz genau geäußert. Mobile Respawn-Teams, ach ne, mobile Respawn-Beacons. Es wird den Support-Legenden nicht mehr möglich sein. Oder anders. Ich erkläre es gleich anders. Kommt zum Schluss. Das kann sein. Entweder gibt es einen Übersetzungsfehler. Ich habe es vielleicht falsch verstanden. Aber ich glaube, dass ich da nicht falsch liege. Wir sagen erst mal, mobile Respawn-Beacons muss aber auch eine Support-Legende dabei sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lifeline spiele und ein Teammate ist down, der vielleicht, keine Ahnung, ein Caustic ist und der stirbt, dann spawnt für mich als Support-Legende in der Caustic-Death-Box ein mobiler Respawn-Beacon. Wir müssen nicht mehr zu irgendeinem Crafting-Gedöns gehen und uns krampfhaft diese mobilen Respawn-Beacons craften. Du hast quasi zu 100% bei einem Teammate, wenn du die Support-Legende bist, einen mobilen Respawn-Beacon drinnen. Und jetzt kommt nämlich das, wo ich dachte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Banner sind ab sofort aber nicht mehr exklusiv. Exklusiv wurde nämlich betont, exklusiv kraftbar. Es können wohl, und so habe ich es verstanden, es können wohl jetzt alle Legenden den mobilen Respawn-Beacon craften. Das heißt, wenn du keine Support-Legende am Start hast, soll es dir trotzdem möglich sein, mobile Respawn-Beacon, nicht die mobilen Respawn-Beacon, sondern die Banner zu craften. Ist an und für sich, weiß ich nicht, ist es geil, ist es nicht geil, taktisch bringt das alles komplett durcheinander, weil du weißt, egal wer da gerade drauf geht, früher hast du taktisch so gesagt, du, du hatten keine Support-Legende dabei. Die können ihren Teammate, wenn du da jetzt die Death-Box irgendwie coverst, können die den nicht respawnen. Und jetzt ist es eigentlich vollkommen Bupe. Sie können sie craften. Das ist heftig. Wir kommen zu Gibi. Bubble-Cooldown von 30 Sekunden auf 17 Sekunden reduziert. Alles im Sterne der Supporter-Legenden. Ein neuer Perk, welcher rausfliegt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Dazu spiele ich ihn zu wenig. Der neue Perk ist wahrscheinlich ein blauer Perk. Erhöht den Wirkungsbereich der ultimativen Fähigkeit. Finde ich einen geilen Perk, weil, sind wir mal ehrlich, 8 von 10 Ulti-Strikes treffen einfach nichts bei Gibi. So geht es mir zumindest. Auto-Reload der Shotguns bei Nox kennen wir. Das soll bleiben, aber ähnlich wie MadMaggie kommt obendrauf schnelleres Laufen mit Shotguns. Also nicht ähnlich, sondern genauso wie bei MadMaggie. Das kommt obendrauf. So, weil wir einmal bei Maggie und bei Krypto sind. Maggie und Krypto können nicht länger die Bubble bekämpfen. Kämpfen mit EMP nicht wegmachen und auch ihre Wrecking Ball kann nicht mehr die Bubble zerstören. Alles für die Support-Legenden. Alles für den Dackel, alles für den Club. Conduit. Ich spiele sie selten, ich musste kurz überlegen, was gemeint ist. Die passive Fähigkeit. Ihr kennt die als Conduit-Spieler. Wenn deine Teammates außerhalb deiner taktischen Reichweite sind, dann kannst du ja, wenn du auf dein Teammate zuläufst, keine Ahnung, wie viel Prozent schneller laufen. Dieses wird jetzt erweitert auf Deathboxen, auf die du zuläufst. Keine Ahnung, ob das auch feindliche Deathboxen sind. Ich habe nur Deathboxen gehört. Du kannst auf Respawn Beacon genauso schnell zulaufen und auf Crafting Stations. Und wenn du auf einen genockten Teammate zuläufst, gibt es kein Range Limit. Der könnte am anderen Map, am anderen Ende der Map irgendwo rumliegen. Du könntest den anvisieren und würdest die ganze Zeit über die ganze Distanz einfach deutlich schneller laufen. Finde ich krass. Newcastle. Das wird richtig krank. Newcastle, was die sich dabei gedacht haben, ist mir ein absolutes Ding. Das mobile Schild nimmt keinen Schaden mehr. Was? Ja. Kann kontrolliert werden, auch wenn du gedownt bist. What? Und revived Schild um 50% mehr HP pro Tier. Revived Schild? Ach so, jetzt habe ich es. Jetzt musste ich selber überlegen, was ich geschrieben habe. Das Knockdown-Schild. Hast du ein blaues, ein goldenes oder lila oder hast du nicht gesehen? Hat das 50% mehr HP, bis es komplett runtergeschossen ist, wenn du gerade jemanden reviven willst und dich da schützt. Das war damit gemeint. Mein Gott. Neuer Perk für Newcastle. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Reviven. Richtig strong. 15 Sekunden Schildregeneration auf Mates, die in der Nähe der Wall stehen. Ebenfalls sehr stark. Richtig, richtig, richtig krank. Die einzigen beiden Support-Legenden, die keine Liebe abbekommen, die aber wohl zum Season-Split-Liebe abbekommen sollen, sind Mirage und Loba. Was da aber genau passiert, wurde leider nicht erwähnt. Und Seite 2, bevor wir dann gleich auch die ganzen Bilder noch durchgehen. Neue Rift Relics. Das ist was komplett Neues, was es in Apex nicht gibt. Und das würfelt das Spiel nochmal obendrein extremst durcheinander. Ich habe aber so verstanden, dass das eine Änderung ist, die nicht in Ranked vorherrscht, sondern nur in sämtlichen Spielmodi, außer eben Ranked. Ich habe Bilder, dann seht ihr es ein bisschen besser. Das sind Relikte, die droppen vom Himmel. Wie so eine Art Lightning Strike, wie ein Blitz. Ganz viel verteilt über der Map. Lass das 20, 25, 30 Teile sein, die du aber sichtbar auf der Map siehst, wo die droppen. Ähnlich wie ein Care Package oder so. Siehst du das auf der Map? Die sehen aus wie Loot-Ticks, die man zerstört. Auf Kings Canyon kennt man die, die so komischen Geräusche machen. Knallt es da auf, ist irgendwelcher Loot drin. Die sind nur lila. Die leuchten extrem und da sind einfach ganz, ganz kranke Sachen drin. Rift Relics eben. Übrigens, bevor ich das vergesse, es soll wohl eine riesenfette Überraschung kommen, von der keiner weiß, was es bedeutet. Direkt zum Release der Season soll irgendwas Krasses passieren. Was genau, wissen wir nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Leaks gesehen. Ich werde jetzt aber keine Leaks mit den richtigen Patch Notes vermischen. Deswegen bin ich da, halte ich da lieber meine Klappe. Diese Dinger droppen eben vom Himmel. Circa 20, 30 Stück, hatte ich schon gesagt. Da drinnen kann sein Titanfall-Apex Relikte. Was das alles sein kann, was mit Titanfall zu tun hat, werdet ihr gleich sehen. Wie gesagt, wohl nicht in Ranked. Was kann alles drin sein? Boost Kits zum Beispiel. Seht das so als so eine Art Perk. Wenn ihr das aufhebt, habt ihr auf einmal einen zusätzlichen Perk, den es so nicht gibt. Relativ einzigartig und nur für diese Runde. sind passive oder aktive Fähigkeiten, die in dein Survival-Slot wandern. Zum Beispiel gibt es ein Hover-Kit. Ein Hover-Kit stellt euch das ungefähr so vor wie die Q von Horizon. Du schwebst so ein bisschen in der Luft, während du aimst und kannst aus der Luft halt irgendwelche Leute wegballern. Es gibt Relikt-Waffen, die einzigartig sind. Achtung, es wurde explizit gesagt, es gibt keine neue Waffe. Viele werden sagen, es ist ja eine neue Waffe. Der, Achtung, Titanfall-Fans, der EPG-1-Longer kommt in Season 23 mit unendlich Munition. Und da habe ich zum Beispiel jetzt nämlich vor ein paar Stunden erst ein Leak gesehen, dass es eine Care-Package-Waffe ist. Dem ist nicht so, wenn ihr das gelesen habt. Dieses Ding kann aus so einem Rift-Relic droppen. Mit unendlich Munition soll wohl extrem Bock machen. bringt halt so ein bisschen Pubs und alle anderen Modi durcheinander. Macht also Sinn, dass das nicht für Ranked gedacht ist. Das soll einfach den Spaßfaktor ein bisschen erhöhen und wahrscheinlich auch die Leute ein bisschen in Pubs ziehen und allen möglichen anderen Spaß. Was haben wir noch? Sollte aber nicht als neue Waffe gesehen werden, habe ich schon gesagt. Mehr Relikte über Zeit. Also es wird über die Zeit Updates geben in Apex, wo noch mehr Relikte implementiert werden. Unter anderem soll auch die Original-Version vom Bow-Check-Bow nur noch ein bisschen krasser droppen. Geht mal hier davon aus, dass das vielleicht nicht nur der Bow-Check-Bow in der Original-Version sein könnte. Könnte, ist eine Theorie. Dann gibt es einen Perk, den wir zum Beispiel bekommen können. Nennt sich Lifestyle-Perk. Heilung mit jedem Hit, den du austeilst auf einen Gegner. Achtung, Instant-Heal auf Leben und Schilde, wenn du einen Headshot machst mit diesem Perk. Zeit-Zurück-Drehen gibt es auch als Perk. Ich gehe hier einfach mal davon aus, wer die mobile Version gespielt hat. Fade war eine Exklusiv-Legende, die es nur in der mobilen Version gab. Und dann konntest du, keine Ahnung, springst irgendwo von einem Gebäude und merkst du, oh, drei Sekunden später, das war keine gute Idee, weil da irgendwo lauter Gegner sind, drückst du diese Fähigkeit und dann wird sozusagen wie die Zeit zurückgespult, obwohl natürlich das Spiel ganz normal weiterläuft. Als wärst du nie vom Dach gesprungen, spawnst du wieder oben, siehst das natürlich wie in dem Race-Portal rückwärts ablaufen. Das sieht richtig geil aus. Fade war eine richtig coole Exklusiv-Legende. Und dem Tod trotzen. Vielleicht ähnlich wie bei diesem einen Modus, ich weiß nicht mehr, war das Straight Shot oder so, keine Ahnung, wo du einfach nicht draufgehen konntest. Du warst genug, konntest aber nicht runtergeschossen werden, erst wenn alle tot waren. Vielleicht ist das irgend so was. Waffenmeter. Die Havoc. Und jetzt werden sich vielleicht einige nochmal erinnern an meine Apex Legends Flashback-Serie. Ich empfehle es euch, zieht euch das rein. Wer noch nicht so ewig bei Apex dabei ist, der sieht dann wirklich mal, was Season für Season sich geändert hat und wie sich über Zeit das Spiel geändert hat. Und gerade das allererste Video dieser Reihe, da erzähle ich auch grob, was es noch nicht gab. Das ist schon mal ein Rieseneinblick. Die Havoc landet im Care Package mit dem Select Fire. Das betone ich, weil viele kennen wahrscheinlich die Havoc gar nicht mit dem Select Fire. Die wurde in der Pre-Season, zwei Wochen nach Release, kam diese Waffe raus mit Turbolader und mit dem Select Fire, den wir auch Select Fire Mod, auch für die Proler, wo du vollautomatisch schießt. Bloß bei der Havoc war es ein Einzelschuss, ein übelst krasser Beam-Schuss. Kein Bullet Drop, kein Nix. Ein richtig geiler Ladestrahl, ähnlich wie bei der Charge Rifle. Nur ein bisschen anders und der Sound war richtig, richtig edel. Also die Havoc soll richtig geil werden. So, was nicht zur Waffen-Meta gehört, was aber in der Reihenfolge genannt wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, mobile Respawn-Biegen sollen wohl nicht mehr droppen. Das heißt, wenn du den aktivierst, ist er da und du kannst sofort in die Action gehen, kannst sofort dein Teammate runter oder wieder in... Ach, runterholen, wollte ich sagen. Dämlich. Kannst du ihn sofort wieder ins Gefecht ziehen. Also das finde ich krass, richtig krass. Also nicht mehr diese ewig langen Animationen, bis das Ding vom Himmel droppt. Die Longbow soll einen ordentlichen, wirklich, so haben sie es selber gesagt, richtig heftigen Damage-Buff bekommen. Meiner Meinung nach hatten wir das vor einigen Seasons und dann wurde es wieder zurückgemacht. Jetzt wird es wieder gemacht. Keine Ahnung. Die Elster ebenfalls einen Damage-Buff und sie soll eine bessere Feuer-Animation bekommen, dass die Handhabung wohl einfacher anfühlen lässt. Sentinel plus Rampage sind ja zwei Waffen, wo du jeweils entweder eine Zelle oder eben für die Rampage eine Thermitgranate reinknallen kannst. Dann machst du da richtig dolle Aue auf die Gegner und diese Kapazität soll erhöht werden, sodass du noch mehr raushauen kannst. Krass. Spitfire bekommt einen Damage-Buff. P2020. Akimbo. Na, wer denkt jetzt an einen Nerf? Denkste. Erhöhte Hüftfeuer. Genauigkeit. Es gibt keinen weiteren Nerf auf die Mosambik, also auch nicht auf die Akimbo. Die Motion wird wieder Flur-Loot ohne Turbolader, aber sie wurde wohl trotzdem so ein Stück weit überarbeitet, dass sie trotzdem extrem spaßig sein soll. Es wird ein neues Erbstück geben. Achtung, ein Universal-Erbstück wurde schon vor einigen Wochen oder Monaten geleakt. Karambit heißt das Ding. Sieht geil aus. Ist sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Bilder habe ich ebenfalls. Wurden auch schon geleakt. Habt ihr wahrscheinlich vor ein paar Tagen schon irgendwo gesehen, weil es Epic Games irgendwo versehentlich veröffentlicht hat. Helden der Nacht. Wie auch immer, Karambit ist in zig Farben erhältlich und soll wohl direkt zum Release am Start sein. Battle Pass Skin habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwo gesehen oder gehört. Die Mosambik passt natürlich zum aktuellen Akimbo-Spaß. Sieht gar nicht mal so blöd aus. Eine Map-Rotation wurde leider nicht verraten. Ich weiß nicht warum, obwohl die Frage gestellt wurde. Wir haben immer die Möglichkeit, dann noch eine halbe Stunde eine Q&A-Session zu machen und mit den ganzen Devs so ein bisschen auszutauschen. Da werden Fragen gestellt. Es wird nicht jede beantwortet. Es gab keine Antwort darauf. Warum auch immer. Es wird Anpassungen an der Health Bar geben, wenn wir den Gegner anschließen, diese Health Bar, die erscheint. Sie haben die Kritik gehört, dass das viele aus der Community völlig fehl am Platz empfinden. Was ich verstehe, ist es eine coole Änderung, aber ich hätte es auch nicht unbedingt. Gebrauch taktisch natürlich ein extremes Ding. Aber ja, es soll wohl jetzt besser funktionieren, dass es besser auch in Smoke, in Gasfallen usw. funktioniert. Wahrscheinlich auch bei Mirage, dass der Mirage-Decoy nicht enttarnt oder entlarvt wird, wenn dann diese Anzeige über den Köpfen ist. Also das soll wohl alles ein bisschen besser laufen. Ranked. Ich kann euch gleich enttäuschen, wenn ich sage, dass in Ranked nicht viel passiert, aber es wird etwas implementiert, das zumindest für, wie nenne ich denn das, für diese Visualisierung, wir werden klarer, bevor eine Runde beginnt, gegen was oder gegen wen wir eigentlich kämpfen. Das finde ich richtig, richtig geil. Wir fangen einfach mal an. Dieses Season soll es zuverlässiger sein, nicht zu starke Ranked-Spieler. Also die Differenz, du bist Silber und hast auf einmal einen Diamond oder einen Master-Spieler oder einen Pred-Spieler. Das soll, dem soll mehr entgegengewirkt werden. Entry-Kosten wurden angepasst. Platin 45 waren, glaube ich, jetzt in Season 22 60 oder waren es 60 oder 50. Dia 65, Master 90. Und jetzt die Visualisierung im Ladescreen. Das ist so geil. Stellt euch das wie ein, das ist, stellt es euch nicht so vor, es ist so eine Art Ladebalken und da siehst du prozentual unterteilt in deiner Lobby, wie viele sind da gerade Bronze, wie viele sind vielleicht Master, Gold, Bronze. Hast du nicht gesehen? Also du siehst, wenn du eigentlich gerade in einem Three-Stack-Bronze-Lobby unterwegs bist oder Silber und du siehst auf einmal, warum habe ich einen Diamond-Spieler? Dann kann es sein, dass da vielleicht zwei, drei Diamond-Spieler mit dabei ist oder vielleicht ein Pred. Du weißt auf jeden Fall schon mal, okay, da ist auf jeden Fall ein Gegner dabei, der hat es in sich, der hat eigentlich bei uns nichts verloren. Und sie haben auch gesagt, das sollte normalerweise nicht passieren, aber sie können nicht garantieren, dass es nicht trotzdem passiert. Visualisiert haben sie es genauso. Du hast zwei Pred-Leute, einen Haufen Silberspieler und so weiter und so fort. Also du weißt auf jeden Fall schon mal, könnte das eine sehr faire Runde sein oder eben auch nicht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch Leute, die haben vielleicht mal zwei, drei Seasons ausgesetzt, dann sind die wieder Bronze, obwohl sie eigentlich auf, keine Ahnung, auf Pred-Niveau spielen, dann ist das auch nicht immer so 100% aussagekräftig. Und diese Funktion soll wohl auch in Pubs über Zeit irgendwann kommen. Wann genau, wurde nicht verraten. Dann wurde noch verraten, dass die Global Series in Japan auch auf E-District erstmals gespielt werden. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ansonsten war es das mit den Patch-Notes. Wir gehen jetzt gleich mal noch eine Menge, Menge Bilder durch. Wie gesagt, wer das Video jetzt gerade zu Ende sieht, vielleicht keinen Bock auf die Bilder hat oder dann fertig ist, sepp drüber zu Twitch oder auf YouTube. Wir gehen mal gemeinsam die ganzen Patch-Notes noch mal durch. Wir zocken natürlich auch nebenbei ein bisschen. Das sollte klar sein. Und ich hoffe, ich habe zum Anfang des Videos nicht übertrieben, wenn ich sage, Alter, die Änderungen werden einfach unfassbar krass. Okay, wir haben einmal hier die Ulti von Lifeline. Brauchen wir nicht viel zu erzählen. Das ist dieses Gleitsystem mit ihrer neuen Dock-Drohne. Hier sieht man auch noch mal ihren mechanischen Arm. Sieht man hier nicht ganz so gut. Wir haben den EPG Launcher. Da ist es. Da könnte man jetzt denken, tatsächlich ist es eine Care-Package-Waffe. Aber nein, das Ding droppt aus so einem Relikt. So sehen diese viereckigen Würfel zum Beispiel sind die Perks, die man aus diesem Relikt droppen lassen kann. Wenn du quasi diesen Loot-Tick öffnest, droppen entweder die Würfel oder so eine Waffe oder es droppt so viel, wie wir hier gerade sehen. Das kann ich euch nicht sagen. Das rechte zum Beispiel müsste dieser Hover-Kit sein und das linke irgendwas mit, keine Ahnung, irgendwas mit einem Schild. Kann ich euch nicht sagen. Hier ist der EPG in Action. Hier sieht man zwar Munitionskapazität, aber es hieß wohl unendlich Munition. Das ist ein riesengroßer, keine Ahnung, Plasma-Energie-Ball, der einfach nur verdammt gerade ausfliegt, wenn ich das im Gameplay richtig gesehen habe. Hier ist noch eine kurze Inspection-Animation. Und hier sehen wir, Moment, das könnte ich ja mal ein bisschen größer machen, dann seht ihr das besser. Hier diese ganzen lilanen Punkte sind zum Beispiel diese Relikte. Also die droppen wahrscheinlich alle relativ zeitgleich überall, sodass quasi es verhindert wird, dass du vielleicht in einen Squad rennst, was so krasse, kranke Waffen hat und du völlig im Nachteil bist. Das ist wie wenn du auf einmal gegen Squad kämpfst, wo jemand ein Care-Package hatte, wo einfach alles drin war, was einfach dich komplett auseinander nimmt oder eben diese Mythic Bin. Und so haben alle Squads, würde ich sagen, von der Range her ungefähr dieselben Parameter, um zu sagen, okay, ich hole mir jetzt auch so ein Ding und wir können genauso zurückfighten mit irgendwelchen kranken Zeugs. Und da sollen auch Sachen übrigens drin sein für aktuelle Waffen, die du aber so nie zusammengepimpt bekommst mit irgendwelchem Sonderspaß. So sehen die Rift Relics aus. Die haben dann auch so ein Beam, so ein lila Beam, dass du schon relativ close oder auch von Weitem siehst, wo diese Dinger stehen. Dann haben wir, das war das Gruppenbild, wo eindrucksvoll erzählt wurde, wie heftig es um die Support-Legenden steht. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was sagt ihr? Hier sehen wir Lifeline in einem neuen Look. Sie bekommt natürlich einen neuen Look, falls ich das am Anfang nicht gesagt habe. Und hier sehen wir den mechanischen Arm etwas besser. Ihr seht auf jeden Fall diese Metallhand. Ich bin auf den Trailer gespannt, was mit Lifeline passiert. Irgendwas Krankes muss es sein. Aber was kann ich nicht sagen. Das ist noch irgendwas anderes, was ich nicht erklären möchte, weil ich da nicht voll drin bin. Hier haben wir das Karambit Nahkampf Universal Erbstück. In vielen verschiedenen Farben. Es ist nicht mega spannend. Ich habe auch schon gehört, dass es das in Valorant in irgendeinem anderen Spiel auch so ähnlich gab. Da wurde gleich, naja, Plagiatsverwölfe und so ein Spaß. Optisch sieht es geil aus. Es ist klein, fein und ich glaube, die Animationen gehen einem vielleicht nicht so auf den Sack. Ich habe zum Beispiel das erste Exklusiv-Erbstück oder dieses universelle war ja das Cloud Strife Buster Sword. Das sieht mega geil aus. Ich als Final Fantasy-Fan feiere es, aber diese Animationen gehen mir so auf den Zünder, weil das Schwert einfach viel zu lang ist und auch mega Krach macht diese Animation. Hier haben wir Korsdick und Ash, die bekommen jeweils einen legendären Battle Pass Skin. Das sollte klar sein. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Ash Skin halten soll. Ash hat ein paar richtig geile Skins. Hier haben wir noch mehr von dem Spaß. Die sehen wiederum richtig, richtig stark aus. Dann haben wir hier, ich hätte es als Mosambik so nicht gleich erkannt, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil irgendwie sieht das sehr abgespaced aus und diese Mosambik wirkt in diesem Skin deutlich schlanker. Muss man einfach mal sagen. Hier noch ein paar mehr Skins. Weg damit. Hier, das ist zum Beispiel das Bild, was Epic Games oder wie sie heißen, irgendwo versehentlich veröffentlicht haben und das hatte dann am 31. Oktober die Runde im Netz gemacht, wo ich mich frage, wie kann man sowas versehentlich veröffentlichen. Egal, weiter im Text. Hier haben wir noch mal den EPG Launcher mit Caustic zusammen. Wir haben noch mal, hier ist noch mal so ein Perk quasi, dieser Hover Perk. Das könnte, man könnte auch denken, dass zum Beispiel Ash hier im Hintergrund gerade diesen Hover Perk aktiv hat, weil sie ja so ein bisschen ihren, ich sage mal, ihre Skydive Bremse, wenn die dann landen, dann stoppt das da ja so. Sieht das so aus, als würde die sich so in der Luft halten damit. Ja, das passt irgendwie. Und wir haben noch einmal Lifeline, wie sie aus der Distanz die Dock Drohne für Caustic rausgeballert hat. That's all. Oh mein Gott, 30 Minuten, das guckt sich doch kein Schwein bis zum Schluss an. Hashtag bis zum Schluss in die Kommentare für alle, die es bis zum Schluss gesehen haben. Leute, dadurch, dass ich eigentlich Patch Notes mäßig nicht extrem viel ändere, wo ich sage, da kann man lange drüber reden, hat es dann doch länger gedauert, es ist doch mehr als sich es anfühlt, weil keine neue Legende, keine Mapänderungen und so. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird. Ich bin dann jetzt mal raus. Wenn ihr zeitlich es 17 Uhr pünktlich geschafft habt, geht die Season in 20 bis 30 Minuten los. Wir haben genug Zeit, noch ein bisschen zu plaudern. Schaut einfach mal rein. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, auf Twitch, auf YouTube. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen, ein Abo und so weiter und so fort. Das war es von mir. Ciao. Ciao.